Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wie kann es sein, dass ein Mensch ein Privatvermögen von über 120 Milliarden hat und dann 10 Minuten Sprechzeit bei ARD bekommt? Was ist mit den ganzen Frauen in Indien, die mit einem Impfstoff, in Afrika, Entschuldigung, die mit einem Impfstoff geimpft wurden, mit einem vermeintlichen Impfstoff gegen Tethanus, in dem das schwangerschaftshormon eingefügt wurde, worauf diese Frauen ab der 5. Impfung zeitlebens und ab der 3. Impfung in den furchtbaren Jahren unvorragend worden sind? Wer garantiert uns, dass das mit diesem Gehtherapeutikum nicht passiert? Befasst euch, wie gesagt, mit den Gene-Drive-Files. Und wenn Geld die Welt regiert, dann haben wir ein großes Problem, denn wir befinden uns in einer riesengroßen Entweigungsagenda. Und wenn das hier durch ist, dann werden wir ja laut Klaus Schwab nichts mehr besitzen und stolz darauf oder glücklich darüber sein. Ich sage euch, eines, wer nicht glücklich ist, bekommt eben von einem Marsch einen Schiff verplant. Auch das haben sie bei Affen schon gemacht. Und diese Affen waren da nach der Verpflanzung mit dem Schiff glücklich in Anführungsstrichen. Wenn das dann etwas Glückes zu definieren, möchte ich ja nicht gesagt, dass sie von diesem Glück kein Teil haben oder nicht profitieren. Schaut wirklich ganz anders aus.